Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Lecker, 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 ich freu mich, da fährt mein Steak, da ist meine Eberwurst auf ihrem Weg, zu meinem Matchstar, der mich verbraucht, lecker, lecker, lecker und danke, du Sau. Immer wenn ich mein Auto neben einen Rindertransporter lenke, schaue ich mir die Rinder kurz an und denke. Lecker, 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 ich freu mich jetzt schon drauf, da fährt meine Rindfroulade, die ich morgen kauf. Und dazu gibt's Gulasch, genau nach meinem Geschmack, Rouladen, Gulasch und zum Nachtisch Rinderhack. Immer wenn ich mein Auto neben einen Rennpferdetransporter lenke, schaue ich mir die Rennpferde an und denke. Das darf ja wohl nicht wahr sein, so ne Sauerei, Pferde auf die Rennmann schicken und nicht zur Mützerei. Dabei reicht noch jedermann, hat den schönsten Durst, nach einer freudigen Pferdewurst. Dankeschön! Vielen Dank!